Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Mein Name ist Frank Schröer von der Generalvertretung Lumion Deutschland. Ja, willkommen zum nächsten Kapitel in unserer Reihe Erste Schritte in Lumion 10. In diesem Kapitel soll es um das Importieren von 3D-Modellen gehen. Und im letzten Kapitel haben wir uns ein ganz klein bisschen mit dem Wettermenü beschäftigt. Langsam reden hilft. Und ich werde das jetzt mal komplett entfernen, werde aber jetzt speziell für unser Modell importieren, sehr, sehr viele Funktionen nutzen, die wir in den vorangegangenen Menüs kennengelernt haben. Und ich werde jetzt erstmal eine neue Szene starten. So, das heißt, ich wechsle jetzt hier einfach auf den Menüpunkt Datei, dann gehe ich auf neue Szene und werde nicht diese Funktion Modell auswählen benutzen, sondern erstmal die herkömmlich klassische Methode. Ich werde die Ihnen aber im Anschluss auch nochmal zeigen. So, ich wähle erstmal eine komplett leere Szene. Und im Menü Objekte haben wir einen Schalter, der heißt Importieren oder Import, neues Modell importieren. Wenn ich darauf zeige, dann fragt er mich, wo liegt denn die Datei des 3D-Modells, die importiert werden soll. Jetzt stellt sich natürlich erstmal die Frage, welche Dateiformate können wir im Lumion überhaupt importieren. Und da öffne ich mal hier die Dateiformatsauswahl und sage Ihnen mal, was alles geht. 3D-Objektfiles heißt erstmal, die interessantesten und wichtigsten sind Colada mit der Endung DAE, FBX, dieses Format kommt aus AutoCAD-Richtung, aus Autodesk-Richtung, sagen wir es so besser. Und SKP, das ist das Catch-Up-Pfeil. Ich kann aber auch noch RealDXF und RealDWG 3D-Daten einlesen. RealDWG und DXF heißt, diese Dateien müssen aus einem Autodesk-Produkt stammen. Es funktioniert nicht oder in den meisten Fällen nicht, wenn ich zum Beispiel aus dem Alplan eine DWG-Datei erzeuge oder aus einem SketchUp eine DWG-Datei erzeuge. Diese kann ich nicht importieren, weil das nicht von Autodesk erzeugt wurde. Also RealDWG. Colada hatten wir schon, FBX hatten wir schon, SketchUp hatten wir schon. Wenn 3D-Studio Max auf dem gleichen Rechner installiert ist wie das Lumion, kann ich auch 3D-Max-Dateien importieren. Dann wird die Datenwandlung zu einer FBX-Datei im Hintergrund umgesetzt. 3DS und OBJ sind ganz am Schluss aufgelistet. Es kann funktionieren, es muss aber nicht funktionieren, weil 3DS zum Beispiel ist mittlerweile ein so altes Format, dass es nicht mehr ratsam ist, das tatsächlich zu importieren. Wenn Sie die Möglichkeit haben, das 3DS-Format zu umgehen, dann machen Sie es mit einem anderen Austauschformat. Wenn Sie nicht die Möglichkeit haben, dann müssen Sie es mit dem 3DS-Format versuchen. Das gleiche gilt für das OBJ-Format. So, meine Lieblingsformate sind eindeutig das SketchUp-Format, das FBX-Format, weil auch das FBX-Format gerade bei Modellen, die ich dazu kaufen kann, auch bei hochauflösen Modellen und richtig hochwertigen Modellen, steht das FBX-Format immer zur Verfügung. Das heißt, es ist ein sehr, sehr gutes Format. Auch das Colada-Format ist auch ein sehr, sehr gutes Format. Alle 3 Formate haben die Eigenschaft, dass vorhandene Texturen in dem Modell schon in dieser Austauschdatei mit abgespeichert werden. Das wird dann in einem Verzeichnis später, wenn wir es importieren, einfach wieder ausgelagert, sodass alle Texturen immer zur Verfügung stehen, wenn wir in einem Modell, was wir importieren wollen, schon Texturen abgespeichert haben. So, ich habe hier für meinen Test eine SketchUp-Datei exportiert aus meinem CAD-System. Das heißt, ich wähle mir jetzt hier einfach diese Datei, die möchte ich importieren und drücke auf Öffnen. Jetzt wird dieses Modell aber erst mal noch nicht in meine Szene abgestellt, sondern erst mal in die Bibliothek von Lumion abgelegt. Das ist eine eigenständige Bibliothek für importierte Objekte. Da kommt immer alles rein. Ich importiere also erst in die Bibliothek und anschließend wird das aus der Bibliothek genommen in die Szene abgesetzt. Wie soll das denn in der Bibliothek heißen? Das heißt, ich kann jetzt hier einen Namen vergeben. Der Name wird aus der Datei, die ich importiere, einfach übernommen. Ich kann aber auch genauso gut sagen, ich werde jetzt hier einen Namen vergeben, der heißt jetzt Tutorial zum Beispiel. Die Bibliothek kann ich auf Wunsch unterteilen in Kategorien. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Möbelstück, was Sie auch in Lumion importieren wollen, weil Sie einen ganz speziellen Schrank haben möchten, den haben Sie als 3D-Modell, importieren den hier in die Bibliothek und das soll in die Kategorie Interieur abgespeichert werden. Dann können Sie sich hier einen neuen Kategorieordner machen, den Interieur nennen und da kommen die Schränke und Stühle und Tische und all das, was Sie zusätzlich importieren wollen, einfach rein. Lumion ist es völlig egal, ob das, was Sie importieren, aussieht wie ein Stuhl, ein Tisch, eine Bank oder aussieht wie ein komplettes Modell einer Architekturplanung, eines Gebäudes, eines Mehrfamilienhauses, einem Industriegebäude, egal was. Das ist Lumion völlig egal. Und somit können Sie sich entsprechend Ihres Modells das einfach in Kategorien einsortieren. Tipp, 3D-Modelle von Architektur, also Ihrer Planung, die bitte immer in die Hauptkategorie abspeichern. Das müssen Sie nicht unterkategorisieren. Es macht eigentlich keinen Sinn. Gut. So, das heißt, ich lasse das auch so. Wer jetzt eine grafische Visualisierung machen will für Wettbewerbe oder für Skizzenstyles und so weiter, der könnte versuchen, ob das mit der Option Kantenlinien importieren vielleicht noch einen zusätzlichen Effekt gibt. Bei einer ganz normalen Fotorealistischen Visualisierung empfehle ich das auszulassen. Das ist eine Option, die kann man mal versuchen. Vielleicht gibt es einen schönen Effekt dadurch. So, wenn alles richtig eingestellt ist, machen wir hier ein Häkchen dran und sagen, okay, jetzt wird das Modell importiert und nach dem Import aus der importierten Bibliothek, aus der Bibliothek der importierten Objekte genommen und jetzt habe ich das am Fadenkreuz. Sie sehen, er hat jetzt die Bibliothek aufgemacht. Ich sehe das Modell, was er importiert hat hier und ich habe es jetzt am Fadenkreuz und ich laufe jetzt mit meiner Kamera wieder ein bisschen nach oben, weil ich zeige Ihnen jetzt, wie das Modell aussieht. So ist das und ich lege das jetzt hier einfach mal in die Nähe des Nullpunkts. Das ist hier dieses farbige Dreieck. Da lege ich das einfach ab. Einmal hinklicken. Fertig. Jetzt habe ich das nochmal am Fadenkreuz, weil es kommt ja aus der Bibliothek. Das heißt, es ist jetzt lediglich der Bibliothekseintrag, der hier abgebildet wird und wenn das in der Bibliothek so liegt, dann kann ich das Modell auch ohne weiteres ein zweites Mal absetzen. Das heißt, wenn Sie eine Reihenhausbebauung haben, wo immer das gleiche Objekt eigentlich in der 3D-Modellierung steht, müssen Sie jetzt nicht drei, vier, fünf Objekte innerhalb eines Imports setzen, sondern Sie können sich nur auf ein einziges Haus beschränken und das hier im Lumion dann halt fünfmal an die passende Stelle stellen. Ist speichermäßig viel, viel eleganter. So, jetzt habe ich das importiert und jetzt können wir nach dem Importieren hier auf den Schalter Auswahl gehen, weil jetzt habe ich das Modell nicht mehr am Fadenkreuz. Ich kann aber das Modell hier markieren und da markieren. Kleiner Hinweis noch, was ist dieser Markierungsbutton, dieser Anfasserpunkt, so nenne ich ihn mal. Das ist der Nullpunkt aus Ihrer CAD. Das heißt, in diesem Abstand stand in Ihrem CAD-Modell oder in Ihrer CAD-Modellierungssoftware dieses 3D-Modell. Und das ist auch immer der Grund, warum es sein kann, wenn Sie ein Modell importieren, dass Sie diesen Anfasserpunkt sehen, aber Ihr 3D-Modell nicht. Weil dann steht das 3D-Modell viel, viel, viel zu weit von Ihrem Nullpunkt entfernt. Das heißt, wenn das der Effekt ist, den Sie haben, dann müssen Sie in Ihre CAD, das 3D-Modell zum Nullpunkt verschieben, ungefähr in diese Richtung. Das kann auch mal 10, 20, 30 Meter davon wegstehen, ja. Aber es sollte immer in der Nähe des Nullpunkts sein, damit das hier auch entsprechend aussieht. Wenn Sie Stühle, Tische und so weiter modellieren, ich gehe mal hier zum Nullpunkt, dann ist es natürlich sinnvoll, dass dieser Anfasserpunkt, dieser Nullpunkt genau unter Ihrem Tisch, genau unter Ihrem Stuhl ist, weil dieser Anfasserpunkt ist auch gleichzeitig der Mittelpunkt der Drehachse, wenn Sie das Objekt drehen wollen. Und damit haben Sie dann auch alles, was Sie brauchen, damit das Objekt richtig anzufassen ist. So. Ja, und das ist eigentlich alles gewesen für das Modell importieren. Jetzt haben wir gerade gesehen, dass wir noch eine weitere Option, eine neuere Option haben, wie wir Modelle importieren können. Ich schalte mal wieder auf eine neue Szene um und zeige Ihnen die neue Funktion auch mal. Das heißt, ich gehe wieder in eine neue Szene, sage aber jetzt, ich möchte bitte ein Modell auswählen. Und jetzt fragt er mich natürlich auch wieder, ja welches denn? Ich nehme mal das Gleiche. Ich benenne das aber diesmal oder es bleibt diesmal in dem Namen. Ich habe es ja vorher gerade, als wir das importiert haben in der Bibliothek, umbenannt. Jetzt wähle ich nur dieses Modell, klicke auf Öffnen und jetzt hat er hier den Pfad, von wo kommt das Modell. Und sobald ich jetzt hier eine neue Szene auswähle, wird das Modell, was ich hier ausgewählt habe, direkt in der Szene importiert. Ich mache das mal hier mit der Szene mit den Bäumen, ja mit denen, wähle die Szene aus. Und jetzt wird das Modell importiert, in die Bibliothek abgelegt und die Szene gestartet und dann gleich in die Szene reingelegt. Das heißt, jetzt passiert alles auf einmal und das Ganze sieht jetzt so aus. So, wir warten noch ein bisschen und schwupp, da ist es. So, das heißt, ich habe jetzt in dieser Szene eigentlich alles sofort fertig, was ich mir vorstellen kann. Das Einzige, was ich jetzt noch machen muss, ist, mein Gebäude, was ich jetzt hier abgelegt habe, einfach an die richtige Stelle verschieben. Das mache ich jetzt mal. Das heißt, ich gehe jetzt hier im Objekte-Menü. Über den Schalter Auswahl habe ich jetzt die Möglichkeit, verschieben mit Höhenanpassung, verschieben nach oben, verschieben ohne Höhenanpassung. Ich kann das verschieben über die Koordinaten. Und das Wichtigste ist immer dieser Anfasserpunkt. Das heißt, ich nehme dieses Modell jetzt, schiebe das einfach an die richtige Stelle, ja, und kann das, weil das im Moment bei mir der Fall ist, nochmal in der Höhe verändern. Ich sage, okay, das Modell soll ungefähr auf dieser Höhe stattfinden. So, und jetzt haben sie quasi eine Schnellstartszene für sich geschaffen, wo sie jetzt einfach sagen, ich möchte mir mit den ganzen Pflanzen, mit den ganzen Umgebungen und so weiter, das soll alles standardmäßig sein. Ich möchte mich nur darauf konzentrieren, wie ist dieses Modell tatsächlich jetzt texturiert, wie ist das Licht und die ganzen Umgebungsobjekte, die sind jetzt alle schon fertig. Wir werden das natürlich jetzt nicht so lassen, weil ich möchte in dem Tutorial ja Ihnen auch zeigen, wie setzt man denn solche Bäume und so weiter ab. Aber wenn es mal wirklich schnell gehen soll und Sie sagen, boah, ich möchte jetzt die ganzen Umgebungsobjekte wirklich nicht nochmal absetzen, das habe ich schon mal gemacht, dann sind solche Szenen natürlich total wertvoll, ja. So, dafür ist diese Schnellstartfunktion, die neue Schnellstartfunktion im Lumion, dafür ist die da. So, ich wechsle jetzt nochmal zurück, das heißt, ich hole mir jetzt nochmal eine komplett leere Szene und ich hatte Ihnen ja versprochen, wir werden jetzt alle Informationen, die wir bisher gesammelt haben, in diesem Tutorial werden wir jetzt mal anwenden. Das heißt, ich habe das Modell importiert und ich habe jetzt die Möglichkeit zu sagen, ich öffne jetzt in dem Menü Objekte die Bibliothek der importierten Modelle und dann schalte ich hier auf den Button Objekt wählen und absetzen, weil wir haben das Modell ja schon importiert, das heißt, ich brauche es jetzt nicht nochmal importieren. Das ist das Modell aus unserem Quickstart, was wir gerade mal eben schnell importiert haben. Das ist das Modell, was wir als erstes importiert haben. Ich brauche nur eins von den beiden, das heißt, ich nehme das jetzt hier einfach wieder weg, mache ein Doppelklick auf diesen Mülleimer, dann wird das aus der Bibliothek einfach rausgelöscht. Geht natürlich nur, wenn das nicht in der Szene in Benutzung ist. So, das andere möchte ich gerne haben, das heißt, ich setze das jetzt nochmal hier einfach in der Szene ab, drücke auf Auswahl, gehe mit der Kamera jetzt noch ein Stückchen weiter weg und, naja, ob ich jetzt schon die Höhe richtig anpassen soll, weiß ich nicht, weil ich möchte mir ja noch meine Umgebung richtig darstellen und da haben wir ja vorhin in dem Kapitel der Landschaft gesehen, ich kann mir die Hintergrundberge und so weiter selber erstellen oder ich kann sie einfach dazuladen. Das habe ich ja vorhin schon in dem Kapitel gemacht, das heißt, ich gehe jetzt auf Landschaftskarte laden und sage, hey, ich möchte bitte diese Berge darstellen. So, jetzt habe ich diese Berge. In dem Wettermenü haben wir ja festgestellt, ja, ich kann mir auch noch die Wettersituation, die Wolken und die Umgebung ein bisschen besser darstellen. Das heißt, ich gehe in das Wettermenü, schalte jetzt vielleicht um auf diese realen Himmeldarstellung und stelle mich jetzt mal hin und sage, ja, von wo möchte ich das denn mal sehen? Ich sage mal, hier möchte ich vielleicht stehen. Okay, der Himmel gefällt mir nicht. Also wähle ich mir mal einen anderen. Das sind so Dämmerungshimmel, die brauche ich jetzt gerade nicht. Ja, das, die sind eigentlich schon gar nicht so schlecht. Diese, was ist mit dem? Nee, dem? Ja, lassen wir mal. So, aber die Sonnenposition, die gefällt mir nur gar nicht. Also drehe ich die Sonnenrichtung um und ich empfehle Ihnen die Sonnenrichtung auch schon beim Modellieren immer so zu stellen, dass das, wo Sie gerade arbeiten wollen, dass das richtig ausgeleuchtet ist. Das heißt, die Flächen sollen angestrahlt werden. Sie sollen aber auch irgendwo mal Lichtschatteneffekte sehen, dass Sie so ein ganz klein bisschen beurteilen können, wie sieht denn das Material aus, was Sie da definieren wollen. Ja, Sie können es mit der Händigkeit noch ein ganz klein bisschen variieren, ist aber hier nicht nötig. So, und jetzt haben wir eigentlich alles so eingestellt, dass wir jetzt im nächsten Schritt an die Materialien gehen können. Das heißt, wir werden jetzt im nächsten Schritt die Materialvergabe machen an diesem Modell. Machen wir aber im nächsten Kapitel. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn Sie im nächsten Kapitel wieder dabei sind. Bis dann.